2 im Steuhindernis Hans Barmettler Andrea Rota ist eingefahren im Hindernis Frau Rejekger aus Wohr beim letzten Marathon-Hindernis Rot muss immer rechts Du musst den Einen anfangen Du darfst nicht Du darfst nicht D fahren wenn die B noch nicht fahren 60,8 das ist das Resultat im Hindernis Nummer 1 für Wilhelmschweiz Und eingefahren im Hindernis Nummer 2 Il Vipada-Lochland-Nümerho Dün Das lässt du weg Gut Gatsen Ich dre fin Wie istbits? Untertitelung des ZDF, 2020